Was ist mit euch? Alles klar! Verschwindet von hier! Ich bin fertig, verdammt! Nein, verschwindet! Scheiße! Ich hab noch was zu erledigen! Verschwindet! Mach's gut! Komm mit Frank! Hier in der Karibik, wo der Sommer nie zu Ende geht, bevorzugt man höchsten Genuss auf leichte Art. Leichte Weine, leichte Küche, alles ganz bewusst ohne schwere Zutaten. Wie Raffaello. Ganz bewusst ohne Schokolade. Aus zartem Kokos, weißer Mandel und leicht geschlagener Milchcreme. Übrigens Raffaello lassen wir aus Deutschland einfliegen, denn nichts passt besser zu unserer anspruchsvollen, leichten Küche. Raffaello ohne Schokolade, höchster Genuss auf leichte Art. Raffaello 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 Du bist die Frau, die alles will und alles geht. Ich dusche, mein liebster Duft, mein liebster Kaffee. Nestle Clusters, das sind aus Walnuss, Pekanuss und Mandelstücken gemixt, knackige Nuggets und knusprige Vollkornweizenflakes. Clusters, die knusprig-knackige Frühstücksidee. Wer Nüsse mag, liebt Clusters. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon einem Asbach-Uralt wert. Ein klarer Blick, ein starker Körperbau, ein glänzendes Fell, eine Top-Kondition und gesunde Zähne sind der Beweis. Schappi hält ihren besten Freund fünffach fit. Was, nur zweimal im Jahr? Weihnachten und Ostern, das ist mir nicht genug. Die Kirsche ist der Höhepunkt, die hat so was Frisches. Ich warte doch nicht, bis ich sie geschenkt bekomme. Ich hole sie mir immer mit der Sonntagszeitung, da kann man so schön relaxen. Mon Cherie mit der Piemont-Kirsche, das Geheimnis von Frische und Feuer. Das Schönste an der Versuchung ist das Nachgeben. Kann in Kirsche Sünde sein? Le neud, die Nase. Fantastisch. Les yeux, die Auge. Verführerisch. La bouche, der Monde. Mh, köstlich. C'est bon? C'est bon. J'ai un mot, immer verführerisch. C'est bon, c'est bon. J'ai un mot, j'ai un mot. Was ist noch besser als Milky Way? Das neue Milky Way. Ja, das schmeckt noch besser. Und es ist noch immer so leicht und locker, dass es in Milch schwimmt. Und was ist noch besser als das neue Milky Way? Zwei neue Milky Way. Das neue Milky Way schmeckt jetzt noch besser. Heute Abend bei Stern TV. Millionenfacher Vogelmord. So wüten die Jäger. So bedrohen sie die Vogelschützer. Kremelflieger Matthias Rust. Zu früh aus dem Knast. Heute bei uns im Studio. Der Todeskandidat von Texas. Zehn Jahre in der Todeszelle. Er ist unschuldig. Diese und andere Themen. Heute Abend um 22.15 Uhr. Stern TV bei RTL. Drei Gäste heute Abend. Boy George. Sehr flexibel als Musiker und als Liebhaber. Deswegen die große Frage. In wen wird er sich verlieben? In Christiane Krüger. Sie ist dabei. Oder den Ex-Verkehrsminister Günter Krause. Er hat die Chance für beide. Heute Abend bei mir. 23.15 Uhr. Late Night. Gottschalk. Die Late Night Show. Heute 23.15 Uhr bei RTL. RTL. Hat sich schlimmer erwischt. Scheiße, was ist mit euch? Alles klar. Verschwindet von hier. Ich bin fertig, verdammt. Wir nehmen die Gäste. Nein, verschwindet. Scheiße. Ich hab noch was zu erledigen. Verschwindet. Mach's gut. Komm mit, Frank. Komm mit, Frank. Komm. Komm. Bis zum nächsten Mal, Frank.